Ja, hallo zusammen! Herzlich willkommen zu einem kleinen Top-Listen-Video auf dem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Für heute habe ich was für alle Commander-Fans vorbereitet. Da gehöre ich ja auch dazu. Deswegen gibt es heute meine fünf Lieblingskarten für das Commander-Format aus der neuen Edition. Wir konnten jetzt schon so ein bisschen die neuen Karten testen, natürlich überwiegend im Standard-Format. Da haben sich aber wirklich noch ein paar Karten gezeigt, die sehr interessant für das Commander-Format sind. Wir haben das Ganze ja schon so ein bisschen während der Spoiler-Season besprochen. Aber heute wollte ich euch einfach mal nochmal extra für das Commander-Format meine Lieblingskarten vorstellen. Ich habe auch schon das nächste Commander-Deck vorbereitet. Das werdet ihr jetzt auch demnächst sehen, das Adla Palani-Deck. Ich glaube, da warten auch schon einige drauf. Da habe ich mich auch besonders drauf gefreut. Da haben halt noch ein paar neue Karten gefehlt, hier aus der Edition. Werdet ihr auf jeden Fall die Tage sehen. Ich würde jetzt aber mal sagen, wir starten jetzt hier mal mit meinen Lieblingskarten. Viel Spaß! So, willkommen zurück. Bevor wir jetzt zu meinen Lieblingskarten der Edition kommen, habe ich hier nochmal zwei Karten aus den aktuellen Brawl-Decks mitgebracht. Da die Karten aus den Decks ja nicht wirklich zu der eigentlichen Edition gehören, habe ich die Karten mal nicht unter meine Lieblingskarten gepackt. Aber es war irgendwie klar, dass die Brawl-Decks ein paar gute Commander-Karten haben. Brawl ist ja quasi Commander und Standard kombiniert. Da waren wirklich ein paar coole Karten dabei. Hier Tulane, Teller of Tales und das Torm of Legends. Die haben mir besonders gut gefallen. Die kann man dann auch super in einem Commander-Deck zocken. Tulane selber als Commander wirklich stark für ein schön starkes, bandfarbenes Deck. Ordentlich Kreaturen, vielleicht ein paar gute Enter the Battlefield-Effekte. Ein bisschen Ramp und dann eben durch seine Fähigkeiten, da ist das halt ein Selbstläufer, das Deck. Super, super stark. Immer wenn wir eine Kreatur wirken, dürfen wir eine Karte nachziehen, ein Land von unserer Hand direkt ins Spiel bringen. Später kann er auch nochmal Kreaturen aus dem Spiel von uns zurück auf die Hand bringen. Eben Enter the Battlefield-Effekte doppelt ausnutzen. Das Deck ist halt super, super stark. Kann man wirklich ein cooles Deck drum bauen. Tulane, also wirklich nochmal eine Top-Commander-Karte und das Torm of Legends. Jetzt nicht übermäßig stark, kann aber echt solide einfach Karten nachziehen. Hat mir echt gut gefallen, auch als farbloses Artefakt in vielen Decks einsetzbar. Kommt halt schon mit einer Marke ins Spiel. Für einen Mana können wir eine Marke von dem Turm entfernen, um eine Karte zu ziehen. Und immer wenn unser Commander ins Spiel kommt oder angreift, gibt es nochmal eine zusätzliche Marke. Also nochmal eine Zusatzkarte für einen Mana. Ist halt super solide, kann man sehr gut zocken in sehr vielen Decks. Und da die Karten eben aus den Brawl-Decks waren, wollte ich die hier nochmal ganz kurz vorweg besprechen. Ihr könnt auch wie immer gerne Kommentare da lassen mit euren Lieblingskarten der Edition. Lieblingskarten aus den Brawl-Decks. Bin wie immer super gespannt, was die Community sagt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinen fünf Lieblingskarten. Eine Karte, die ich jetzt sehr viel im Standard-Format angetestet habe, die aber auch super, super gut im Commander-Format sein wird, ist hier The Great Henge von den großen, legendären Artefakten. Definitiv mein Favorit für neuen Mana. Halt natürlich am Anfang relativ teuer, wird dann aber sehr schnell billiger. Eben gleich der größten Stärke unter unseren Kreaturen. Haben wir halt eine Kreatur mit sechs, sieben Power. Dann kostet die Karte halt auch nur noch zwei oder drei Mana. Macht dann selber zwei Mana und zwei Lebenspunkte jede Runde. Egal, ob wir das Mana brauchen oder nicht. Und dann unten natürlich der ganz wichtige Effekt. Deswegen ist die Karte so gut, immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur bei uns als Spielfeld betritt, kriegt sie eine Plus-1-Plus-1-Marke und wir dürfen sofort eine Karte nachziehen. Super starker Effekt, wenn man die Karte schnell ins Spiel kriegt. Umso stärker und gerade in Commander-Decks gibt es ja schon viele Karten in die Richtung. So Guardian Project, Lifecrafters, Bestiary und das Great Henge. Passt einfach noch perfekt in die grün basierten Decks mit vielen Kreaturen dazu. Würde ich auf jeden Fall zocken. Wandert bei mir auf jeden Fall in das ein oder andere Commander-Deck. Also auf jeden Fall eine super gute Commander-Karte. Gehen wir jetzt aber nochmal weiter. Eine sehr starke rote Karte. Fand ich nämlich ist Fires of Invention. Habe ich jetzt schon ein paar Mal auch im Standard-Format gesehen. Ist halt eine super gute Karte. Ein schönes Enchantment. Wir können halt so gesehen zwei Zaubersprüche jede Runde umsonst wirken. Können aber halt auch nur zwei Zaubersprüche insgesamt spielen pro Zug. Und natürlich auch nur in unserem Zug. Aber gerade in einem Commander-Deck kann das richtig krass eskalieren. So ab dem sechsten, siebten Zug. Wenn man halt jede Runde zwei unglaublich starke Karten spielen kann. Das ist halt echt deutlich stärker als erwartet. Bei der Spoiler-Season habe ich mir schon gedacht, das würde auf jeden Fall eine gute Commander-Karte. Nachdem ich die Karte jetzt auch ein paar Mal im Standard angetestet habe. Und da war die Karte schon echt gut. Da war ich auf jeden Fall überzeugt. Im Commander geht die Karte einfach noch mehr ab. Also auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde das Ganze auf jeden Fall auch in ein paar roten Decks verbauen. Ist halt immer ein super solides Enchantment. Auf jeden Fall eine Top-Karte der Edition. Und als nächstes tatsächlich nochmal eine blaue Karte. Wir haben fast jede Farbe so richtig abgedeckt heute. Emry hier als nächstes eine sehr interessante Mehrfolg-Karte, wie ich finde. Nicht, weil sie ein Mehrfolg ist, sondern für alle Artefakt-basierten Decks. Und im Commander-Format gibt es halt echt richtig viele sehr starke Artefakte. Also sie kann auf jeden Fall sehr nützlich sein. Wir kriegen sie ziemlich preiswert ins Spiel. Halt maximal drei Mana. In der Regel kostet sie aber nur zwei oder ein blaues Mana. Wenn sie ins Spiel kommt, können wir uns selber um vier Karten melden. Das kann halt auch echt praktisch sein. Und dann können wir halt mit ihrer aktivierten Fähigkeit ein Artefakt aus dem Friedhof wieder wirken in dieser Runde. Sie macht also eine Karte Kartenvorteil mit den richtigen Artefakten. Das können ja auch Artefakte sein, die sich einfach selber ersetzen, wenn sie ins Spiel kommen. Also eine Karte nachziehen. Oder einfach die allgemein guten Artefakte, die wir so im Commander-Format sehen. Also wenn man ein passendes Deck baut. Emry auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, hier eine gute Karte zu sein. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Aber die nächste Karte, die finde ich sogar noch ein Stück besser. Dance of the Mans hat auf jeden Fall ja schon so ein bisschen Kombo-Potenzial. Wir bezahlen oben x Mana und dürfen dann x Artefakte und oder Nicht-Aura-Verzauberungen aus dem Friedhof mit Mana-Kosten von x oder weniger zurück ins Spiel bringen. Und wenn wir oben x, 6 oder mehr bezahlt haben, dann kommen die ganzen Karten gleichzeitig als vier Vierer-Kreaturen ins Spiel. Die Karte wird aktuell im Standard-Format angetestet. Da lässt sich das Ganze auch ganz gut spielen. Es gibt jetzt so die ersten Versionen von einem Doom 4-Told-Deck in Kombination eben auch wieder mit vielen Artefakten und ein paar netten Auren. Aber das kann natürlich auch sehr gut im Commander-Format funktionieren. Wenn nicht sogar noch viel besser, weil wir einfach viel mehr Karten haben, die wir benutzen können. Natürlich können wir jede Karte nur einmal im Deck haben. Aber so am Ende, Dance of the Mans, wenn die Runde einfach schon sehr lange läuft, eventuell auch eine Mehrspieler-Runde, dann eben einmal alles aus dem Friedhof wiederbeleben. Das sind gleichzeitig auch noch vier Vierer-Kreaturen. Das kann halt wirklich mal alleine kompletten Spiel gewinnen. Ich finde, die Karte hat auf jeden Fall Potenzial. Würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, in die Richtung was zu bauen. Können wir ja mal schauen. Aber jetzt erstmal Adler Palani wartet ja noch auf uns. Das Deck gefällt mir nämlich auch richtig gut. Also erstmal eins nach dem anderen. Und wo wir gerade dabei sind, eine Karte haben wir ja noch für heute. Hier der Wishclaw-Talisman. Der hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Nicht nur im Standard-Format. Dort habe ich die Karte jetzt nämlich ordentlich angetestet. Im Commander-Format ist die Karte noch ein bisschen besser, würde ich sogar fast sagen. Man muss natürlich schauen, dass man die passenden Karten zusammen bekommt. Aber man kann ja auch in der Mehrspieler-Runde mal den Talisman eben an den Gegner rüberschieben, der gerade nicht so ganz so gut im Spiel ist. Dann ist das halt nicht ganz so krass. Man kann auch immer ein bisschen verhandeln. Also selbst im, ich sag mal, schlechtesten Fall, wenn der Gegner den Talisman bekommt, kann man immer noch was damit machen. Gerade in Mehrspieler-Runden. Aber es ist halt ein super solider Tutor-Effekt. Und wenn man das Ganze dann eben irgendwie mit Bounce-Karten kombiniert, meinetwegen auch nur mit einem Teferi. Wir können ja den Talisman aktivieren. Und uns dann auch direkt im Commander-Deck die passende einzelne Karte raussuchen. Den Talisman sofort wieder, wenn er beim Gegner ist, zurück auf die Hand des Besitzers bringen. Das sind ja wieder wir. Und dann haben wir den Talisman auch schon wieder. Und haben halt eben aus unserem riesigen Commander-Deck genau die passende Karte rausgesucht. Man kann das Ganze auch mit Kahn kombinieren. Es gibt halt super, super viele Möglichkeiten, wie man den Talisman einsetzen kann. Mir hat er halt einfach richtig, richtig gut gefallen. Auch so vom Preis her ist er ja dementsprechend preiswert. Gerade manchmal die alten Tutor-Karten. Da muss man halt auch echt viel Geld investieren. Das will man ja nicht unbedingt für jedes Commander-Deck. Und mit dem Talisman haben wir auf jeden Fall eine nette neue Tutor-Karte. Fürs Commander-Format würde ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Einer davon in der Sammlung schadet auf jeden Fall nicht, würde ich mal sagen. Ich fand ihn auf jeden Fall super cool. Aber die anderen Karten haben mir halt auch richtig, richtig gut gefallen. Von den fünf Karten muss ich wahrscheinlich sagen, The Great Henge, das große grüne Artefakt. Das hat mir persönlich am besten gefallen für das Commander-Format. Aber das, das war wie immer nur meine Meinung zu den Karten. Wenn ihr natürlich noch ein bisschen was dazu zu sagen habt, was sind denn eure Favoriten der Edition aus den Brawl-Decks? Oder eben aus der regulären Edition. Auf welche Karte habt ihr euch besonders gefreut? Und auch ganz wichtig, in welchem Deck wollt ihr die Karte benutzen? Das finde ich auch immer super interessant. Mal schauen, was die Community noch so zu sagen hat. In den Kommentaren sind meistens nämlich immer noch ein paar coole Tipps und Infos versteckt. Finde ich immer richtig cool. Mal schauen, was sich diesmal da noch so alles finden lässt in der Kommentarsektion. Also Leute, haut auf jeden Fall mal ordentlich raus. Und jetzt hier zum Abschluss noch ganz kurz, aber ein großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Mage Market, dem mobilen Marktplatz für Magic-Karten. Falls ihr mal auf der Suche seid nach Einzelkarten, Magic-Produkten, dann könntet ihr euch hier auf jeden Fall mal umschauen. Und auch wenn euch solche Commander-Reihen, Commander-Deck-Checks, Budget-Decks gefallen. Mage Market unterstützt hier wirklich viele der etwas älteren Video-Reihen, sage ich mal. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also vielleicht ist ja mal was für euch dabei. Könnt euch ja auf jeden Fall mal umschauen. Alle Infos wie immer in der Videobeschreibung. Aber das, das war es jetzt auf jeden Fall erstmal hier von mir für heute mit meinen Lieblings-Commander-Karten aus Eldraine. Wie gesagt, Leute, denkt an den Kommentar. Bin gespannt, was ihr noch zu sagen habt. Aber an der Stelle kann ich euch erstmal wirklich nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.